Hallo! Willkommen zu einem neuen Vlog mit meinem Bruder und zwar habt ihr ja bestimmt den Aufnahmen schon mitbekommen, dass wir gerade verreisen und zwar sind wir neun Tage unterwegs in Spanien und da dachte ich mir, ich mache so keine Daily Vlogs direkt, glaube ich, sondern einfach, ich nehme euch einfach mit und dann lade ich verschiedene Vlogs hoch, schneiden und ruchlachen werde ich bestimmt auch können hier, also wahrscheinlich wird das so ziemlich zeitnah sein, einfach mit dem Ganzen und ja, wir sind jetzt schon in Frankreich, also schon ganz lange in Frankreich. Wie lange fahren wir noch? Fünf Stunden. Wir fahren noch fünf Stunden, jetzt machen wir wieder Fahrradtausch, jetzt mein Bruder dran, genau und ich nehme euch einfach mal mit. Ich glaube, der Tag wird mit dem morgigen Tag zusammengeschnitten und wir fahren jetzt erstmal nach Barcelona, dort sind wir zwei Nächte und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Ich bin der Welt schlechteste Vlogger der Welt. Doppel gemoppelt. Aber wir sind jetzt, also Barcelona angekommen, das hatte ich ja gestern schon gefilmt und jetzt sind wir uns das mal angucken hier in der Stadt und die Innenstadt ist richtig krass. Also gestern war ich noch nicht so ganz überzeugt davon, aber jetzt. Also wenn ihr richtig, richtig viel Geld habt, nachts hierher und geht shoppen. Richtig krasse Läden hier und ja, jetzt laufen eigentlich diese ganze Hauptstraße einfach nur runter, lassen uns bedudeln. Ja, und schauen mal. Dann bist du, was ich meine. Ja. Dann lassen wir mal weiter, die nächsten Vlogs kommen dann. Das ist alles da. Achso. Das hier meine ich jetzt übrigens sowas. Also es war noch krasser, aber da sind halt auch immer so Türsteher drin. Richtig krasser. Da denkt man, das ist sonst was für ein Laden. Und mal hochgehen. Und mal hochgehen. Das war schön. Noch meine ich ja. So würde das alles tun, weil da sind die Gabe sehr ökere. Finden sich. So würde ich lieber auf��fare einige honour von uns, ja. Na zu kans. Ja, ich mich. Ja, ich kniffe. Ja, ich mich. Ja, ich mich. Ich ven kann euch, selbst meinebrechen machen. Wir haben uns jetzt gerade spontan dafür entschieden, dass wir jetzt eine Schiffsfahrt machen. Ich gehe jetzt eineinhalb Stunden und wir fahren die ganze Küste sozusagen lang, also diese Strandvormenade und alles. Und es wird sehr wellig heute, haben Sie gesagt. Ja, sehr wellig und windig, da muss ich meinen Hut aufsetzen. Genau, ich glaube, das ist ganz gut bei den Temperaturen hier und ja, werdet ihr ja gleich sehen. Also wir sind jetzt fertig mit der Boots Tour, eineinhalb Stunden ging die und die war sehr, sehr schön. Rückweg war auch sehr, sehr schön windig. Das war sehr angenehm. Und jetzt wollen wir mal genau die Strecke, die wir mit dem Boot eigentlich gefahren sind, wollen wir jetzt eigentlich auch mal laufen. Also da hinten ist ja noch diese Kathedrale, also diese Familie irgendwas. Und da wollen wir eigentlich auch noch hin. Und es ist ja eigentlich auch noch Zeit. Also wir schaffen das schon noch. Genau. So, das sieht natürlich jetzt nicht mehr ordentlich aus, weil das jetzt unser Abreisetag ist. Aber wenn man hier reinkommt, hat man hier daneben eigentlich so direkt eine kleine Kommode. Also das ist alles aus Ikea, die haben ja Ikea-Spiegel. Dann hat man hier noch so einen Stuhl. Sachen von meinem Bruder. Dann hier das Bett. Eigentlich ist das aber auch hier rangerückt. Ach egal. Ja, und das sah halt natürlich alles ordentlich aus. Und hier hinten ist noch ein Bett und da hat man hier eine kleine Kommode. Und dann hat man hier das Fenster. Ähm, genau. Und dann hier noch so ein Kleiderständer. Und das war es eigentlich auch schon. Also es ist ein kleines, einfaches Zimmer. Hat aber gereicht jetzt für die drei Tage circa. Zweieinhalb oder so. Genau. Wenn ihr es hinkriegt, zeige ich euch die Küche auch noch. So, man kommt hier rein und die ist wirklich klein und fein. Ähm, hier hinten kann man halt kochen. Hier hat man genug Arbeitsfläche zum Abwaschen. Muss ich jetzt gleich auch noch abwaschen. Und da hat man einen Kühlschrank. Da ist es ziemlich voll. Also weil die Familie halt hier mit wohnt. Und das ist noch von uns hier oben alles. Ja, genau. Und hier hinten haben die halt noch zum Waschen. Aber das brauchen wir jetzt die paar Tage. Und das werden wir in der anderen, im anderen Airbnb machen. Und jetzt mache ich mein Obst noch fertig. Joa, genau. 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 zu trinken gekauft und jetzt gucken wir mal ob das auto noch steht das auto steht und es ist kein zettel dran so verlassen die erste unterkunft auf nach valencia ein kleiner teil aus dem auto und zwar wollten wir euch eigentlich noch erzählen warum wir am ersten tag gar nicht mal weiter geflockt haben wir waren nämlich sehr sehr fertig also erstes von der mega langen fahrt aber wir durften dann noch weil das haben wir uns irgendwie nicht so ganz informiert erst danach und zwar haben wir dann erfahren dass es hier nicht wirklich parkplätze gibt also erster tipp wenn jemand nach spanien macht mit dem auto ist nicht so geil also lieber fliegen oder da wo ihr hinfahrt also wenn ihr ein hotel macht oder so vielleicht haben die auch parkplätze zur verfügung dann geht das natürlich auch die kamera verrutscht ansonsten also wir sind jetzt hier mit rb so eher unterwegs und das ist richtig kacke wir haben eineinhalb stunden gebraucht also sind eineinhalb stunden rumgefahren um einen parkplatz zu finden und dann hat mein bruder rumgegoogelt und dann gab es in der stadt noch einen parkplatz für 24 stunden 7 euro und das wollten wir machen weil sonst hätten wir mindestens 25 pro tag gezahlt und da wo wir dann noch hin wollten das war so ein pack es gibt halt hier parkhäuser hat hätten wir pro tag 30 50 50 euro bezahlt pro tag und da hätten wir 100 euro einfach da gelassen und das haben wir nicht so ganz eingesehen und das sind wir dann weiter gefahren und also wir waren ja in barcelona aber wir waren nicht in der city unten wir waren ein bisschen mehr da oben und da gab es einfach gar nichts da gibt es immer diese grünen parkplätze und so blaue und da darfst du halt immer nur zwei bis vier stunden stehen das bezahlst du auch dann musst du immer wieder weg und wir hatten aber nicht vor mit dem auto alles so zu machen und das wäre halt übelst blöd gewesen genau dann sind wir runter gefahren zu diesem parkplatz für 24 stunden 7 euro da war aber leider nichts mehr frei da waren nur 220 500 plätze frei und leider gab es da aber keinen mehr also es war schon voll dann sind wir dort herumgefahren und dann wie es der zufall so will wir hatten beide echt keinen bock mehr sind wir an irgend so einer seitenstraße sind wir einfach so lang gefahren wir sind ja überall einfach so durchgefahren und da gab es ein parkplatz und das war nicht mal markiert oder sowas also es war wirklich einfach ein freier parkplatz kostenlos und da standen jetzt einfach dann die tage genau und dann mussten wir den ganzen weg zurück und da haben wir gesagt wir laufen und wir sind eine stunde 10 so eine stunde 10 sind wir dann gelaufen es war verdammt warm wir waren dann komplett durchgeschwitzt wir waren richtig nass haben wir auf die dusche gefreut und auf das bett und einfach nur die beine hochzulegen genau und dann sind wir runter in die city also an dem nächsten tag sind wir dann auch gelaufen an sich wäre dann der haltepunkt wo wir halt hin wollten auch eine stunde entfernt gewesen aber was ganz cool war ist dass wir sind halt also eine hauptstraße runter gelaufen und das war ganz cool weil dann fing eigentlich so diese shopping meile an und so es gab so krasse läden also so gucci und hugo boss und versace und diese übelsten krassen läden und da sind wir dann diese straße lang gelaufen deswegen kann man das also kam das auch nicht so lang vor und wir sind dann auch nicht zu diesem punkt direkt gelaufen also wir sind dann wirklich da lang gelaufen wir dachten ach da ist noch was und dann sind wir ganz anders gelaufen und dann waren wir noch am wasser dann sind wir dann mit dem schiff gefahren und ich kann euch mega empfehlen mit dem schiff zu fahren wenn ihr irgendwie mit eurer orientierung so ein bisschen probleme habt weil wir wollten auch nicht ganz mit dem handy rumlaufen und so mit dem schiff wenn ihr dann diese reise da also diese strecke da abfahrt also diese küstenstrecke seht ihr einfach alles und dann wisst ihr ungefähr wo wir langlaufen müsst das haben wir dann gemacht und oder halt mit der seilbahn die ist auch sehr zu empfehlen oh ja oder die seilbahn sind wir zwar nicht gefahren aber es sah gut aus aber es sah gut aus also sieht man auch barcelona von oben genau das warum wir den vlog am ersten tag nicht beendet haben gestern haben wir ihn auch nicht beendet richtig schlecht vielleicht bleibe ich bei den vlogs wo man nicht redet und einfach mit musik alles zeigt und so keine ahnung ja aber eigentlich könnte man den hier jetzt beenden weil jetzt ist die barcelona reise eigentlich damit beendet und wir sind auf dem weg nach valencia und da würden wir neu vloggen neu anfangen und das werden dann bestimmt so eher zwei vlogs denke ich weil wir da jetzt sehr lange sind eine woche genau dann war es das mit dem vlog aus barcelona andere brauchen